Gut, das war die große Bibliothek, das sollten einiges an Forschungspunkten sein, die wir hier machen. Eventuell auch irgendwann mal einen großen Wissenschaftler rauskriegen, wobei Deli dich da glaube ich überbieten wird. Ach Gott, wie könnt ihr so viele schöne Spezialisten ein Gebäude bauen, das ist echt bitter. Buddhismus ein bisschen verbreiten und uns Buddhismus von Justinian holen. Ich könnte versuchen mit Rittern die Justinian zu überrennen, aber ich glaube das ist halt zu stark. Wäre lustig, wenn ich mir die heilige Stadt erobern könnte. Ich kann mal die Bizanz beitreten. So, damit haben wir Steinen. Damit kann die Stelle jetzt sogar direkt was tun, weil sie jetzt was hat, womit es Produktion kriegen kann. Wäre eine Möglichkeit, ein Matsch da kam. Nein, Asgard. Prinzipiell spiele ich das Spiel, das ich spiele und kein anderes. Das ändert sich bei mir eigentlich sehr selten im Laufe eines Streams, was ich spiele. Okay, also wie gesagt, hier soll noch eine Stadt drauf, da können wir hier schon mal was hinbauen für ihn. Du schaust, dass die Inke Terrasse ein bisschen schneller fertig wird. Wir haben da ein paar Schwertkämpfer für die Stadt raus. Nur After Stream habe ich meistens mit Leuten gequatscht, aber auch das ist lange her. Ja, so, auch du könntest ein bisschen mehr Kultur benötigen. Dann haben wir ein Gold, das wir weghandeln können. Prinzipiell ist es immer eine recht schöne Sache, wenn man der KI Zufriedenheitsressourcen verkaufen kann. Weil die KI eh vergleichsweise wenig davon hat. Weil sie durch ihre Boni sowieso nicht unzufrieden ist. Das Deli kein, immer noch kein, also wenn, Deli könnte echt mal den Dix herkriegen mit den ganzen Wissenschaftlern, die sie rennen. Aber okay, mal gucken. Dann bau dein Aqueduct. Dann Rocket League and Overwatch. Things happened. So, du musst leider immer noch stehen bleiben, damit sich da nichts bildet. Ich freue mich auf die Stadt, wenn ich sie mal übernehmen kann. Okay. Du bist wieder unzufrieden? Jammer nicht. Deswegen ist die Stadt wieder halt immer wachsen. Es ist eigentlich schwer, die Stadt nicht wachsen zu lassen. Weil ich halt auch von Nahrung, eigentlich nur Nahrung besteht praktisch. Okay, wenn ich den ja wegschiebe, dann könnte ich hier immer noch ein Barbar auftauchen. Ich könnte da anstattigen Gründen einfach nur für die ganzen Boni. Die da behalte ich. Die steht da gut. Du, die hat eine Kuh, die hat ein Gold, die hat einen Fisch. Die bleibt und sieht an der Küste, die steht da wunderbar. Baue ich hier noch eine Stadt hin. Die hat dann Eisen und sonst nicht viel, aber egal, die ist an der Küste, es reicht. Und genau. Ich habe eh viel zu wenig Städte. Die da oben. Na. Weiß ich nicht, die könnte man behalten. Dann ist es eh schon ziemlich fertig mit meinem Städtegründen. Auch nicht gut. Das wäre traurig, weil ich will eigentlich nicht, dass die Auto zerstört wird. Hoffen, vielleicht wächst sie ja noch ein bisschen, aber da kann gut sein, dass du da recht hast. Wahrscheinlich hast du recht. Jetzt, wo du sagst. Traurig, traurig. Aber vielleicht wächst sie noch, bis ich da oben bin. Wo ist dieser Typ hier, den ich hier gerade ausgewählt habe? Da. Die eine Stadt wird gegründet, keine Sorge. Du. Eigentlich könnte ich da unten auch mal eine Stadt hinstellen. Irgendwie direkt hier hin. Einfach nur für den Pelz. Kann dann irgendwann mal das Eisen haben. Das ist auch an der Küste, lohnt sich auch noch eine Zeit lang. Ich könnte in Delhi das National-Epos bauen, damit es noch mehr Dings produziert. Genau, damit kann man das Gold schön ernähren. Ich habe noch keine Maces. Jetzt habe ich wahrscheinlich Maces. Nicht öffentliche Verwaltung. Maschinen habe ich noch nicht. Das möchte ich Ihnen jetzt jede Runde sagen, weil sie Angst haben, weil sie direkt neben dem Barbare sind. Deswegen unterbrechen die sozusagen nach jeder Runde ihre Produktion, als wäre gerade eine barbare Einheit aufgetaucht, weil sie es halt Angst haben. Eigentlich wollte ich den Typen, der da oben steht, aber auch in die Stadt stellen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich hole mir echt ein goldenes Zeitalter, sobald das Mausoleum fertig ist. Dann habe ich für zwölf Runde ein goldenes Zeitalter ist auch nicht verkehrt, weil Maschinen braucht er nicht für mich entwickeln. Und das ist zwar nicht verkehrt, aber ein goldenes Zeitalter für zwölf Runden ist, denke ich, nützlich. Das war's, Gilgamesch, du bist mein Freund. Oh ja, bauen wir noch die hängenden Gärten, dann weiß ich wenigstens, wofür ich Stein habe. Da brauche ich zu viele Wunder. Gut, ich brauche Wassermühlen, die ich hier hinstellen kann. Dann... Es kann gut sein, dass ich die hängenden Gärten nicht unbedingt kriege. Bestimmt, ich muss bei irgendeinem den Siedler auch mal bauen. Sonst wird er natürlich nie fertig, wenn ich ihn nirgendwo baue. Ich könnte meine Hauptstadt einfach kurz bauen, dann muss ich halt meine Einheiten irgendwo anders rausziehen. Die Zollstatue baut man nur, damit der Gegner sie nicht hat. Dafür ist es aber, das ist aber echt guter Grund, die Zollstatue zu machen. Damit der Gegner sie nicht hat. Das ist definitiv eine Überlegung wert. So, zwölf Runden goldenes Zeitalter. Ich kann nur versuchen, den großen Wissenschaftler zu erzwingen, in diesem goldenen Zeitalter. Damit ich eine Akademie bauen kann. Vielleicht auch zwei, wenn nicht verkehrt. Für einen ordentlichen Forschungsbonus hier. Die wollen alle Sachen von mir und mancher davon wird mir sogar Folialismus geben. Aber Hatschepsut redet nicht mit mir. Über den anderen will ich ehrlich gesagt nicht. Oh, der hat Philosophie. Die Z hat Philosophie. Oh, 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 oh. Not good at all. Dann. Wie kriege ich dich happy? Du darfst eigentlich nur nicht wachsen. Alles andere ist eigentlich vollkommen egal. Aber dich wachsen lassen ist einfacher gesagt als getan. Du könntest. Ne, haben wir auch mal ein Kolosseum. Gut. Die Stadt hat eigentlich alles, was sie braucht. Sie braucht noch ein bisschen, bis sie wächst. Erkunde. Ich will die Welt sehen. Gut. Wer baut noch mal Siedler? Braust du mir Siedler? Nee, du brauchst den Streitkolbenträger noch fertig. Ja, Notre Dame ist definitiv eine interessante Idee. Schauen wir, ob ich Pelze kommen. Hat jemand den Zufriedensresource, die er mir geben will? Pfeffer brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Es ist ja eigentlich fast nur der Elfenbein. Interessant, den mir offenbar auch keiner gibt, wenn ich das richtig sehe. Sarah Jakob. Elfenbein. Elfenbein und Seide. Aber ich kann dir nichts geben. Außer Gold pro Runde. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Ja, da bin ich auch richtig schlecht, dass ich sowas sehe. Wer so Wunder baut. Das sollte ich eigentlich echt sehen. Bizanz. Oh, der Krieg gegen Bizanz wird dreckig. Ich will nicht wissen, was die Zeus-Statue ist. Die Zeus-Statue verdoppelt die Kriegsmüdigkeit, mit der man in den Krieg geht. Und damit will man halt nicht, dass der Gegner sie hat, automatisch logischerweise. Aber man baut es ja eigentlich selten selber aus, um Leute zu ärgern. Ich schaue mal diese Felder hier an. Oh Gott, die Stadt hat noch gar kein Dings. Okay, da müssen wir drauf aufpassen. Ich habe doch mal einen Haufen Dings gebaut. Ich will nicht nur zwei Opfern, aber ist jetzt egal. Ist auch egal. Die wächst dann wieder rein. Kannst du ihn töten? Ja, das ist so. Liebst du wahrscheinlich nicht. Bleib mal da stehen, vielleicht greift er dich an. Okay, wir haben da schon mal einen da. Da ist der zweite, da ist der dritte, vierte. Vielleicht, wenn wir mit den Quetschers ankommen, habe ich vielleicht eine Chance. Aber halt auch nur vielleicht, gell. Greift ihn da mal an, damit du tot bist. Ich hätte so gedacht, wenn ich den angegriffen hätte und gewonnen hätte. Einfach nur so das Prinzip. Okay, damit haben wir jetzt überall viel zu viel Bevölkerung. Ich kriege irgendwie lauter Wunden, davon, wenn ich nicht wirklich lachsbrechse kriege, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, baue mal ein Gerichtsgebäude, damit ich dich mal ein bisschen töten kann. Du, baue eine Schmiede. 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 Okay, dann haben wir hier drei mit dem Streitkolben, vier Einheiten. Du, geh mal sterben. Das war echt viel, fünf, aber ist mir jetzt egal. 27%. Ich brauche viel mehr Einheiten. Ich brauche zwei pro Dings mindestens, sonst wird das nix. Sonst wird das nix. Forschen wir ein bisschen in unserem goldenen Zeitalter, das noch neun Runden lang dauert. Nein. So. 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 Es ist gerade sehr viele Einheiten ohne Dings gebaut, was eigentlich auch nicht so wirklich sinnvoll ist. Ich müsste gerade einen großen Dings gekriegt haben, aber dann schauen wir gleich mal nach. Du kannst eigentlich noch viel mehr Wunder rausbolzen, weil du ein Wunderhaus bist und ein Produktions-Mega-Haus, von daher warum eigentlich nicht. Dann brauche ich noch einen Nationalipos an, dann haut der mir große Persönlichkeiten aus, weil ich nicht mehr weiß wohin damit. Du darfst mir den nächsten Streitkolbenträger bauen, Inka-Terrasse ist fertig, Gerichtsgebäude, bleib mal da stehen, macht mir dauernd Angst, vielleicht ist er ja dumm und greift mich an. Ich glaube zwar nicht dran, aber mein Gott. Ja genau, das war eine Möglichkeit für das Goldenen Zeitalter, genau das wollte ich noch nachschauen. Danke für den Hinweis. Ob ich eventuell noch irgendwas forschen kann, wo ich sagen will, das will ich eventuell noch in dem Goldenen Zeitalter adoptieren, aber ich glaube, dass da gerade nichts so richtig nah ist, wo ich sagen kann, das wäre direkt super. Wo ist nochmal freie Marktwirtschaft? Ist das nicht bei Bank gewesen? noch mehr Kantilismus, Bankilismus will ich aber nicht. Ich glaube, das passt erstmal so. Gut, was habe ich sonst noch so? Ich könnte Bürokratie annehmen und meine Hauptstadt verstärken. Was mache ich dann mit Religionsfreiheit? Es ist zu spät, keine Teilgesellschaften, okay. Ich will eigentlich in Sklaverei bleiben. Ja, und dann noch Religionsfreiheit. Okay, du bist ein großer Wissenschaftler, wie ich mir erst erhofft habe. Du könntest Philosophie für mich entdecken, aber du baust mir eine Akademie nach Cusco. Machu Piccu? Die ist so schlecht in Forschung, das überrascht mich gerade. Aber baue mir einfach hier eine Akademie hin, plus 32 Punkte, das haut rein. Du bist meine, da hat eine Stadt hingestellt, die habe ich aber schon mal gesehen. Du bist meine Weinstadt, das ist nochmal eine Zufriedenheitsressource. Okay, da wird ein Gerichtsgebäude fertig, da hat immer viel Geld. Da wird eine Schmiede fertig. Ich sollte eigentlich viel mehr Bibliotheken haben in meinem Leben. Ich könnte schon, ob ich hier die Sixtinische Kapelle reinkriege, nur für die Kultur. Ich meine, ich habe immerhin hier gerade Farbstoffe hergenommen, was ziemlich cool ist. Wer kriegt das eigentlich Wilkers? Meine Neustadt, sehr schön. So, du kannst mal da runterziehen. Jetzt sind das vier Einheiten. Ne, das eine ist ein Bautrupp. Der hat einen Bautrupp gebaut. Interessant. Stadt. Sehr starke Stadt. Hat direkt ein schönes Feld hier. Und baut direkt seine Inkaterrasse. Wobei, du musst eigentlich nicht so richtig wachsen, weil du kriegst eigentlich alles schon von deinen Nachbarn. Aber Inkaterrasse ist ein Kornspeicher also immer stark. Ja, die Stadt kommt als nächstes. Die kommt auch noch. Aber ich wollte jetzt erstmal den Wein haben, weil der Wein ist instant zufrieden in allen Städten. Und damit definitiv etwas, was sich lohnt. Wann wächst du? In vier Runden. Du hast aber eigentlich schon genügend Verstärkungen. Verbesserungen meine ich damit. So, du wechseln Unzufriedenheit nicht, oder? No, lange nicht. Okay, da baue ich sogar schon die Straße runter für den. Da muss ich nur schauen, dass jemand die Stadt für mich baut. Pff, das schaut immer richtig scheiße aus. Okay, wir haben sogar noch ein Feld von ihm weggenommen. Ist das nicht toll? Gut. Da oben ist eine ägyptische Stadt entstanden. Das ist... Ah, Ägypten hat wahrscheinlich die Stadt erobert. Das ist okay. Dann ignorieren wir das da oben einfach. Weil ich irgendwie doch gerne mehr steht. Er dem ein Gilgamesch, Sarah Jakob, die bereiten beide Krieg vor. Muss ich mir so lang machen, dass Sarah Jakob mich angreift? Ich glaube, ich muss mir Sorgen machen, dass Sarah Jakob mich angreift. Was ich früher sehen sollen. Sarah Jakob könnte mich angreifen. Ähm... Der hasst mich wahrscheinlich, weil ich ihn in der Stadt weggenommen habe. Äh, wo ist meine Diplomatie? Auslandsberater. Beziehungen. Gilgamesch. Sarah. Okay, sie wollen wahrscheinlich gegeneinander Krieg führen. Sind sie im Krieg oder bereiten sie ihn vor? Bin ich gerade blind? Ich bin oft blind. Verärgert. Ist der Krieg? Ah ja, sie sind im Krieg. Entschuldigung. Ich bin... Bin manchmal sehr blind. Ja. Über Sarah herfallen wäre vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Ich frage es nur mit welcher Einheit. Weil ich glaube mit Ritter ist es nicht so effizient. So. Oh. 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 Was kostet so ein Quetscher aufwerten? So, das müsste in meinem Gebiet sein. Schauen wir uns nächste Runde an. Wenn ich vielleicht einfach zwei von den Quetscher hier aufwärte und dann halt die noch habe. Vielleicht auch einfach einen Ritter raushau, den ich nicht bauen kann. Ein paar Krämer sind auf jeden Fall. Ne, Moment, du baust jetzt erstmal noch einen Siedler. Ich brauche mehr Siedler. Du baust eine Kaserne. Ja, Räucherterei. Das kostet mich 185. Weißt du was tun hier? Oh, jetzt greifen alle Gilgamesch an. Interessant. So, ich habe gesagt, du baust mir einen Siedler statt dem, was du gerade baust. Du bist mit deinem Pädagoge fast fertig. Pagode fast fertig. Nein. Er gibt mir nicht mal Reiterei, der kann mich gerade nicht leiden, der Typ. Gut, ja, dann kannst du echt mal nationale Epos raushauen, weil ganz ehrlich, du kannst wahrscheinlich extrem viele große Persönlichkeiten, wo du hier mal nicht drauf anlegst. So, dann bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Es gibt wahrscheinlich keine zweite Insel, würde mich sehr überraschen. Genau, ich wollte in die Religionsfreiheit und ich würde sagen, wir gehen in die Bürokratie, wo eine bessere Hauptstadt. Können wir ohne Dings machen, weil ohne Anarchie wegen vier Runden kriege ich also nicht, doch kriege ich geradezu noch im goldenen Zeitalter. Wahrscheinlich keinen großen, kann ich das eventuell in Cusco? Ne, da laufen schon maximal und trotzdem ist Dings vor dir dran. Mal schauen, was wir kriegen. Ich bin nicht platt in die nächste Runde, keine Sorge. Ich kriege aber wahrscheinlich nicht Bankwesen nächste Runde, oder doch, ich kriege Bankwesen nächste Runde, sehr schön. Haha. Gut, dann Philosophie. Ich habe das Gold von denen gekriegt, das ist auch sehr schön. Und sie haben es sogar für mich verbessert, aber er wechselt ja nicht auf zwei, das heißt, ich muss die Stadt wahrscheinlich wirklich selber bauen. Das ist extrem uncool. Okay, das heißt, weißt du was, du wartest da jetzt einfach, so bescheuert es klingt. 72 Prozent. Was habt ihr für eine Siegchance? 27 gerade mal. Ja, mit den beiden Einheiten schaffe ich es dann schon. Ich hätte mich jetzt aber echt gefreut, wenn ich die Stadt behalten könnte. Wie geht es in all unseren Städten? Ja, wenn du hast immer, du hast eigentlich, wenn du Beyond Sword spielst, hast du auch Brawlots aktiv. Die Frage ist, solltest du beide haben? Und ja, sie funktionieren zusammen. Du spielst, du schadst halt einfach Beyond Sword und hast dann beide Erweiterungen aktiv, sozusagen. Das ist eigentlich teurer zum Whippen, aber wenn ich, du könntest den Krämer Whippen für vier Bevölkerungsmeister teuer, denn Schmiede ist fertig, du wächst nicht in Unzufriedenheit. Ich habe inzwischen relativ viel Zufriedenheit, relativ viel Zufriedenheit im Vergleich zu früher. Boah, der Du brauchst echt einen Leuchtturm, dass er da ein Geld verdienen könnte mit den Feldern da unten. Ich brauche jetzt mal Reiterei, damit ich meine Dings bauen kann. Oh ja, ich brauche Banken, vor allem in Städten wie der hier. Machen wir da nochmal eine Hütte hin. Also was wir jetzt erstmal forschen, ist Reiterei. Das sollte praktisch im Vorbeigehen passieren. Wenn ich sage, ich gewinne die 72% bei dir, dann können meine Schwertkämpfer... Ach, warum Risiko Engel nicht einfach erst nächste Runde angreifen, wenn der andere fertig ist? Den da brauche ich schon gar nicht mehr, hoffe ich mal. Gut, dann... Es ist schon bewässert, oder? Da ist ein Bauernhof drauf, aber er ist nicht bewässert. Kann ich dich irgendwo bewässern? Nee, weil ich nirgendwo Wasser in der Gegend habe, gell? Gut, wir haben Reiterei. Ich will jetzt erstmal alles bis vor Liberalismus. Also Philosophie, Bildungswesen, Nationalismus, Liberalismus. Wo ist Rifling, Schießpulver. Okay, wie heißt mit Schießpulver? Philosophie, Bildungswesen, dann schauen wir mal, wie die Laune so ist. Du, haust einfach direkt im nächsten Siedler aus, wir bauen uns mal ein paar Städte. Okay, so, ihr schnappt euch die Stadt. Sieg's. Na, wir behalten sie doch. Also ich dachte, ich hätte auch, dass wir sie verlieren würden, aber wir haben sie behalten. Finde ich gut. Hast du schon eine Inka-Terrasse? Also die haben den Kornspeicher gebaut, der wurde halt in die Inka-Terrasse umgewandelt. Das Ding ist jetzt nicht mehr verbessert. Oder es wurde nie verbessert, so sollte man sagen. So, dann Ressourcen. William von Oranien. Was hast du? Gold pro Runde 3. Hatschipzot redet nicht mit mir. Sarah Jakob ist im Krieg. Hat keine Tech für mich. Gilgamesch hat kein Gold und sonst auch nix. Und Justinian. Okay, keiner hat irgendwas, was er mir geben kann. Das ist doch auch irgendwie frustrierend, oder? Dann stelle ich jetzt meine Einheiten mal zur Verteidigung auf. Eine kommt hier oben hin. Zum Einheitenbasten. Bei Hatschipzot möchte ich jetzt wahrscheinlich direkt aufpassen, weil die jetzt eine Kränze mit mir hat. Aber die sollte eigentlich durchaus handelbar sein. Gut, ja, die lassen wir einfach mal so stehen währenddessen. Da kommt eine Stadt hin. Dann hauen wir noch hier eine Stadt hin. Und eigentlich könnte ich da auch noch eine hinhauen. Ich könnte, keine Ahnung. Ich glaube, sonst wird es langsam echt uninteressant. Ich sollte wahrscheinlich oft mal mehr Städte bauen, die uninteressant ausschauen. Gerade wenn ich so viel Küstenland wertvolles habe. Aber irgendwie tue ich es oft trotzdem nicht. Du hast eine große Person generiert. Wir werden gleich sehen, was es ist. Und dann bauen wir eine Bank. Ein Ingenieur. Nicht wirklich das, was ich wollte. Man kann ihn immer niederlassen, weil da ist ein Detail nicht schlecht zum Niederlassen. Ich würde mir euch ein für nächstes Goldes Zeitalter aufheben. Goldene Zeitalter sind für mich relativ mächtig. So, Ingenim sollte mal die Kühe für dich verbessern. Du bleibst dafür den Rest deines Lebens stehen. Du verbesserst das Gold. Das ist noch nicht verbessert, das ist offenbar. Und ihr geht in Grenzstädte für Verteidigung. Kann ich Schießpulver entwickeln? Offenbar nicht. Okay.